Sind Hashtag tot? Heute geht es ums Thema Hashtag für Instagram und Pinterest. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die inspirierende Iris Winkenbach mit dem sexy Schweizer Akzent Deine Pinterest-Expertin. Ich mache wertvolle Inhalte für Selbstständige und Content Creator. Heute geht es ums Thema Hashtags für Instagram und Pinterest verwenden. Was sollst du eigentlich beachten, wenn du Hashtags verwenden möchtest? Also Hashtag, weisst du, sind diese Gartenhage, so nennen wir das in der Schweiz, auf Instagram und Pinterest und die sollten möglichst konkret und aussagekräftig sein. Wenn du bei Google irgendwas eingibst, Apfel, dann möchtest du nicht sieben Birnen sehen, sondern dann möchtest du eigentlich Äpfel sehen. Bleib da objektiv und beschreibend und beschreib den Inhalt deiner Bilder bzw. deines Textes. Wieso sage ich auch deines Textes? Weil ich ja viele Selfies mache, also viele Bilder mit mir, weil wie will ich Pinterest sonst beschreiben? Und dann nehme ich natürlich nicht Hashtags, die heissen Selfie oder Frau oder Person, sondern ich nehme dann Hashtags, die heissen vielleicht Pinterest-Tipps, Instagram-Marketing, so in dem Stil. Weil die Leute suchen dann ja nach Tipps für Online-Marketing ihres Unternehmens und nicht für eine Frau. Also ich würde sagen, die falschen Leute anziehen. Bei Pinterest kannst du maximal 20 Hashtags verwenden, bei Instagram sogar 30. Falls du dich jetzt fragst, ja Iris, wie viel soll ich verwenden? Ich würde dir vorschlagen, so zwischen 10 und 30 zu variieren und zu schauen, wenn ich jetzt 30 nehme, ist da wirklich die Reichweite viel höher? Ich habe nämlich herausgefunden, dass ich gute Erfahrungen mit 15 Hashtags gemacht habe. Probiere auch mal nur 5 aus und schau mal, wie dann die Reichweite ist. Weil die Zahlen ja auch immer recherchiert werden und sonst auch nicht immer die gleichen verwenden. Und nein, meiner Meinung nach Hashtags sind nicht tot. Gerade für kleine Accounts sind Hashtags eine Variante, um zu wachsen. Genau. Also hast du eigentlich geschenkte Reichweite, also mach doch gerne Hashtags in deinem Instagram-Posting. Wie du vielleicht weißt, ist das das letzte Video, meine Pinsta-Woche. Also ich habe so eine Pinsta-Woche, das ist eine Instagram-Challenge auf meinem Account iriswinkenbach.de. Ich zeige dir den kurz. Also wenn du dich für dieses Thema Instagram und Pinterest interessierst, dann folge mir gerne. Das lohnt sich, da können wir uns auch vernetzen, austauschen. Und in dieser Instagram-Challenge ging es um, mit Pinterest-Marketing mehr Reichweite auf deine Instagram-Posts zu generieren. Wenn du denkst, oh yes, das will ich auch machen. Jetzt habe ich diese Challenge verpasst, die live teilzunehmen. Unterhalb dieses Videos findest du einen Link, wo du nochmal diese Challenge machen kannst. Die habe ich nochmal aufbereitet. Genau. Und jetzt gibt es noch etwas ganz Wichtiges, wirklich der Hack schlechthin. Also warum ich Hashtags, überhaupt ein ganzes Video zu Hashtags mache. Denn wenn du deine Instagram-Bilder auch auf Pinterest pinst, dann werden diese Hashtags weiterverwendet. Was mega cool ist, weil du hast dann wie schon die Arbeit gemacht auf Instagram und auf Pinterest funktioniert es auch. Cool, nicht? Es muss gefeiert werden. Wupp, 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 wupp. Jetzt gehen wir jetzt irgendwie viel um Instagram geredet. Jetzt gehen wir noch kurz zu Pinterest. Also Pinterest funktioniert zwar mit Suchwörtern, mit Schlüsselwörtern. Die Amis sagen immer, Keywords sind King auf Pinterest. Und wenn du zum Beispiel, nehmen wir jetzt das Thema, ich bin eine Schweizerin. Du hast einen Post, der heißt 5 Käsesorten. Oder die 5 besten Käsesorten. Dann ist er sicher in Suchwort irgendwas mit Käse. Vielleicht auch Emmentaler. Also dann nimm doch auch Hashtags, die heißen Hashtags Käse, Hashtags Emmentaler. Bei Pinterest kannst du gar noch Hashtag Essen verwenden. Weil bei Pinterest sind die Hashtags noch nicht so alt wie bei Instagram. Gut. Jetzt machen wir noch ein Beispiel für Hashtags auf Instagram, was auch immer sehr spannend ist. Da können wir kurz in meinen Instagram-Kanal geben. Auf den habe ich ja schon gepitcht. Und da haben wir in meinem Feed ein Posting. Das heisst, Instagram ordnet den Feed nach Zeit. Ich habe so ein Format, das ist so Team Instagram oder Team Pinterest. Und da können wir mal in die Insights gehen. Jetzt kommt genau Fehler beim Laden. Ist immer gut. Da können wir auch mal in die Insights gehen. Wir können uns auch mal die Hashtags anschauen. Das ist vielleicht besser, wenn ich schon Fehler beim Laden habe. Und da siehst du, ich habe 15 Hashtags verwendet. Sehr so Instagram-Marketing, Deutschland 2019, Tipps, Online-Marketing, Pinterest-Tipps, wie ich dir schon gesagt habe. Und dann gehen wir einmal auf die Insights. Und dann sehen wir, okay, es geht gut, der Posting, 372. Aber 22% sind wir nicht gefolgt. Also ich habe mit den Hashtags einfach nochmal 22%. Ja gut, Standort 3 Leute noch reingekommen. Sonstige Quellen 63, das ist eigentlich auch nicht schlecht. Und Hashtags sind aber 60. Also ich habe von diesen 574 Impressionen 60 über die Hashtags genommen. Werden sie jetzt tot, müsst ihr doch da 0 stehen. Also glaube ich, Hashtags sind nicht tot. Gut, und jetzt kommen wir noch zu was. Ich bin ja eigentlich die Pinterest-Expertin. Da habe ich es voll im Griff bei Insta auch. Da war es sich gut. Aber bei Pinterest. Drei Tipps zum Thema Hashtags auf Pinterest. Weil das ist ein sehr neues Thema. Das ist 2019 erst so richtig aufgekommen. Davor gab es noch gar nicht wirklich Hashtags. Und der Tipp 1 ist, dass Hashtags auf Pinterest klickbar sind. Sprich, ich mache so ein Pin. Dann mache ich eine Pin-Beschreibung. Dann mache ich so ein paar Hashtags rein. Und dann könnte ich zum Beispiel über das weitersuchen auf Pinterest, indem ich einfach auf die Hashtags klicke. Wenn ich sonst suche nach Hashtags auf Pinterest, dann müsste ich den Hashtag eingeben. Also Hashtag Käse und nicht nur Käse. Wenn ich Käse eingebe, dann kommen eigentlich Postings, die über die Keywörter gesucht werden. Zweitens, das ist der Unterschied zwischen diesen Suchwörtern. Hashtags erscheinen chronologisch. Weil Pin-Beschreibung ist ja eine Suchmaschine. Eine sehr intelligente Suchmaschine, die sich halt von den Social Medias inspirieren lassen. Zum Beispiel Kommentare gehen, Hashtags gehen. Also schon ein bisschen eine spezielle Suchmaschine. Aber sie funktioniert beim Suchmaschine. Und wenn ich jetzt etwas sehr Top Aktuelles brauche. Weil bei Suchmaschinen ist ja oft so, ich sage immer, dass Pinterest-Pins sind wie ein Wein. Je älter, desto besser. Aber bei den Hashtags ist es nicht so. Also wenn ich einen Pin suche, der wirklich Top Aktuell ist, dann muss ich einen Hashtag eingeben. Genau, also chronologisch. Während das Suchen eher ältere Pins, die schon gut laufen anzeigen, geben die Hashtags wirklich. Wenn ich halt schon frisch, wenn ich gerade den Pin pinne und ich möchte schon ein bisschen Reichweite generieren, könnte ich zum Beispiel ein Hashtag verwenden und hoffen. Der dritte Tipp ist, ich verwende relativ wenig Hashtags, weil die Suchwerte doch noch viel besser funktionieren. Also klar, wenn ich jetzt über Instagram ziehe, dann mache ich da nicht viel. Dann nimmt es mir die Hashtags von Instagram. Aber sonst nutze ich nur so zwei bis vier Hashtags. Da nutze ich immer einen Hashtag, der die eigene Marke beschreibt. Also meine Postings sollten immer den Hashtag Iris Winkenbach haben. Weil wenn ich mal einen Menschen auf mein Posting gebracht habe, der den richtig toll findet, kann einfach auf den Hashtag klicken, Iris Winkenbach. Und dann kommt ein ganzen Feed voll mit meinen Postings. Wie toll ist das dann? Und eben, ich könnte noch so grössere Hashtags verwenden wie Beispiel Hashtag Käse, Hashtag Emmentaler, Hashtag Essen. Oder ich habe ja auch noch einen Möbelaccount, den ich betreue. Dann würde ich Hashtag Sofa, Hashtag Möbel, Hashtag Wohntipps oder so bringen. Also eher grössere Hashtags. Gut, das war's. Verwende gerne Hashtags, weil ich glaube, dass Hashtags nicht tot sind und zum Wachsen, 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 wachsen noch funktionieren. Ich freue mich. Wir sehen uns auf Instagram und Pinterest.